Liebe Mitarbeiter, wir sind ja nominiert worden zur Grill-Pool-Challenge-Party von der Firma Faschang. Faschang Rudi, danke dir, freut uns recht. Unsere Mitarbeiter sind natürlich gleich aktiver und haben Ideen geboren und haben sich etwas überlegt. Und das ist halt rausgekommen jetzt und ich glaube, dass wir da jetzt eine ganz lässige, super Party feiern können. Bier ist da, zum Grillen ist was da und gute Laune haben wir alle. Als gute Tat haben wir uns was überlegt und zwar möchten wir gerne mit der Volksschule Burgkirchen, ganz speziell die zweite Klasse, die heuer erstkommen gehabt hat, was wir unternehmen und die möchten Kinder, die in Not sind, unterstützen und haben da etwas gesammelt und wir möchten dieses Budget auffetten mit 1000 Euro. Wir möchten diese Ehre und den Spaß natürlich weitergeben und nominieren drei Partnerunternehmen von uns und das ist zum ersten der Elektrik Wurhofer aus Neukirchen, der beste Betriebselektriker weit und breit. Zum zweiten die Firma Fliegl Fahrzeugbau in Thüringen, an die wir diesen Swimmingpool am Montag liefern werden. Und zum dritten ist die Firma Doppler Schirme, die möchten wir auch nominieren, der Ansprechpartner für jedes Wetter. Viel Spaß, Hermann, Margit und Martin. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.